So, willkommen zurück bei Breach and Clear. Wir müssen noch die letzte Mission der Afghanistan-Missionen machen, namens Operation Infinite Echo, Mission Nummer 5. Und da sind wir in der Main Lobby, wo die letzten, ähm, na, bewaffneten Militsoldaten sind. Ja, da werden wir schon ein bisschen was bekommen. Ja, wir sollen das Gebäude sichern. Das wird eine harte Mission, denke ich. Wir können dann auch vielleicht nochmal später in den Marktplatz schauen und versuchen uns besser auszurüsten. Und zuerst einmal hier jetzt A und B. Durch A ist natürlich gut, da könnt ihr aber in den Raum und in den Raum hier abdecken und hier auch von der Seite, deswegen wäre ich bei B. Meier und Yoda und bei Arles und Müller und Drake, der sollte passen. Team, stack auf. Yoda, du gehst einmal so und dann gehst du hier hin. Aber währenddessen siehst du kurz nach rechts und von hier dann nach links. Ja, Sir. Ja, du gehst rein. Siehst so. Siehst so. Und gehst genau hier hin. Und siehst so. Wir consideren dann so. So. Und so. Und siehst so. Und so. Und so. Und so. Schau mal, ob das funktioniert. Ich hoffe er ist inständig. Und dann. Das wir nicht vergessen haben. Los geht's. Und! Mehr hat's erwischt. Consider it done. On it. Done. Got it. Consider it done. Okay, der hat da halt... Yes, sir. Done. No, der deckt jetzt einfach die Seite hier ab. On it. Nein, das gefällt mir so nicht. Geht's erst so, was darf ich hier geben? Doi. Schade. Got it. Der Drake wird sich hier durchschlagen, Rizester muss er nach links schauen. Got it. Stay sharp. Yes, sir. Yeah, yes, sir. Roger. Der macht versuchtes gleich jetzt, aber geht natürlich nicht. On it. Ja, breach. Check your corners. Check your corners. Contact. 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 Dreck! 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 On it! Yes, Sir! Dreck! On it! Roger! Target down, area clear! Oh, der Level Up! Ach, eh! Oh, der Rest nicht! Interessant! Mk18 Modo Unlocked! Okay! Schauen wir mal! Was haben wir jetzt? Haben wir die hier? Haben wir nicht? Was haben wir jetzt zu ner Waffe hier? We have no guns to be quick! Okay, das machen wir nicht! Sie einfärben! Okay, dann können wir aber das nicht! Doch die haben wir sogar! Wir müssen jetzt sehen! Ich füge noch mal hier! Ich füge noch mal! 516... Die kauf ich trotzdem mal! Die jetzt... Kaufen wir mal z... Uh! Ah doch! Kaufen wir mal zwei! Ich schau mal das einfach mal hier an! Optics... Red Dot Set... 4... Pah, da kann man so viel machen! Pah, da kann man so viel machen! Ai, 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 ai! Okay, dann gehen wir mal jetzt zum Squad! Kommen wir mit dem Red Dot Set! Das kriegt der Leader und... Unser... Direct Action kriegt die gleiche Waffe auch! Der Rest kriegt seine... Red Dot... Gut... Wie viel haben wir denn jetzt noch? Puh... Was mag ich denn... Kompromisse eingehen? Aber von dem... Naja... Nehm halt, aber mehr an Leben ist ja nicht schlecht! So... Das kriegen alle! Puh... 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 Ja gut... Dann starten wir weiter! Black Nova... Versuchen wir es! Ich weiß, was passiert, wenn einer aus dem Squad eigentlich stirbt. So, dann einen neuen Engagieren. Puh. Na doch, das passt schon mal an Müller. Bei A. Yoda. Brake. So muss immer der Armee Yoda vorgehen. So ist es fertig. So ist es fertig. Haben wir da gute Dekko? Wir haben da noch gar nichts. Ich schaue es durch. Ja, Herr, bitte. Roger! Müller wird jedenfalls so einspielen. Warte! Meier? Oh mein! Ja! Alles klar! Level ab! Level ab! Die Bude auch noch ein Level ab! Oh! Da müssen wir jetzt noch was... Ich weiß momentan, durch die ziemlich... ...gleich alle aufwerten. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Okay! Nächste Mission! Uh! 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 Das sind's! So! Die kann man... Ach Gott, die kommt da rein! Das ist ziemlich, äh... Das ist ziemlich abgeschüttet. Ich glaube, da kann man immer durch eine rein. Und zwar durch... Mein Arme, bitte! So gehen! Oh, wei! Nein, wir gehen durch einer! Ich bin irre! Hm... Kleinig! Dota stürmt gleich ein mal hier vor, während er sich aber hier so und so umsieht. Zack! Ja, Herr! Jetzt bleibt hier sitzen und über dieser Seite schon runter. Dann hier hin! Tja? Und Maira? Hier. Auf geht's, Jura! So, wir können vorsichtig vor... Ich hätte gerne seine Position hier... Ich hätte gerne seine Position hier... Äh... Okay, perfekt. Roger! Ich kann mir gerade nichts... Consider it done. Ein Stückweise hier vorne... Oh ja, dann weiß ich doch, du hast wie gut... Ja doch, dann macht er es genauso. Geil! Consider it... Das ist jetzt noch etwas zu verbrauchen... Ich glaube, der wird noch etwas zu verbrauchen. Ich kann sie noch mehr, wenn ich sie schaufe. Ja. Dann lass ich mich mal. Ja, Herr. Wir sind hier fertig. Direkt Aktion, denke ich mir gut. Volle Accuracy. Der braucht die Deckung des First Aid. Ach, und Tante ist nicht aufgestimmt, okay. Nächste Mission. Oh, das sieht noch im offenen Gelände aus. B. B, die führt mir... Ach, das ist aber ziemlich gleich. Geben wir auch alle gemeinsam an. So, der stimmt so weiter wie hier vor. Mit Dunrake. Ich schaue ihn dann. Müller geht hier. Und da geht... Hier hin. Auf geht's. Jo, da versucht sich wirklich hier nach vorne. Brake. Und hier hin und dann so hin. Ja, Sir. Nein, 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 nein. Tag und Tag. Gone. Meier bleibt mir so. Z equally wird es Troothe enterieren. Was entitiert mich noch? Sie haben ihn mitgemacht. Ge surge malvielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfülf comercialfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfiel Auf ihn. Roger. Letzter erwischt. Perfekt. Wieder mal. Wobei Müller hat's erwischt. Oder Müller, wie er eigentlich heißt. Nicola Söder. Stevie Drake steigt auf. Breacher Shotgun. MK Light Machine Gun. Die werden wir dem Stevie geben. Was ist? Safe and Quit? Geh ich da jetzt ein Spiel raus? Was ist das? Na gut, der Morgens hat mal später die wir Türkei geschafft haben. Wow. Oh, das sieht böse aus. C und A und sich dann in der Mitte dreifeln. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Was ist das? Ich glaube, dass wir so gebeiden. C und A wie es ist. T, stack up. Stay sharp. Got it. Oh, Sto. C'mon. Yes, Sir. Yes, Sir. Cut. C'mon. Yes, Sir. Yes, Sir. On it. Consider it done. Contact. On it. C'mon. Consider it done. Marshal. Yes, Sir. Yes, Sir. Cut. Sehr schön. Roger. 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 Ach, hier haben wir noch einen Raum. Ich nehme mal an, da dringend sind noch die letzten lebenden Gegner. Stay sharp. Drake, 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 Drake. On it. Got it. Done. Moving. Gut, Yoda noch. Der macht das gleiche wie vorhin. Oh nein, stopp. Stopp, stopp, stopp. Es bietet uns zu wenig Deckung hier. Check your corners. Wer könnte eigentlich... Oh. Yes, Sir. Roger, Ubi. Ich denke mir schon. Ich dachte jetzt schon, das ist immer noch nicht der letzte. Gut, hätten wir das auch geschafft hätte. Ich denke, hier machen wir ein kleines Folgen. Jetzt erst sehen wir uns noch den Report an. Und dann sind wir uns unterwegs. Sorry. Ja, aber zuerst, wie gesagt, der Report. Schau mal, ob noch jemand drauf gekommen ist. Jetzt picken wir doch etwas. Ja. Nikolas ist aufgeschrieben. Ja. Ja. Und MK-16. Das ist der, den wir mit der Accuracy hochtrimmen wollen. Dann nehmen wir natürlich so. Zwei. Zwei. Nicht Next Mission. Okay. Ihr habt den Sieg gesehen, aber die machen wir es in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.